Das MINZ hier am Universitätsklinikum Heidelberg ist die größte universitäre Einrichtung, welche spezialisiert ist auf die Behandlung von Hirngefäßerkrankungen. Hirngefäßerkrankungen umfassen beispielsweise Aneurysmen, das sind Aussackungen an Gefäßen. Die Gefahr hierbei ist, dass diese Aussackung platzen kann und dann zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung des Patienten führen kann. Heutzutage werden die meisten Aneurysmen also sicherlich mehr als zwei Drittel endovaskulär behandelt. Das heißt, wir führen über ein Gefäß unterschiedliche Katheter und Instrumente an das Aneurysma heran und behandeln dieses Aneurysma von innen. Das heißt, wir müssen keine Behandlung von außen durchführen, welche eben eine Eröffnung der Schädeldecke erforderlich machen würde. Also wenn wir den Katheter eingeführt haben, dann ist es nicht so, dass wir den blind durch den Körper oder durch die Gefäße schieben, sondern wir erstellen ein Roadmap, das ist so eine genannte Landkarte der Gefäße und darüber können wir dann den Katheter steuern. Wenn die Verdachtsdiagnose Hirngefäßaneurysma vorliegt und durch eine diagnostische Angiografie bestätigt wurde, führen wir mit jedem Patienten ein individuelles Beratungsgespräch durch. Das heißt, hier werden unterschiedliche Risikofaktoren beurteilt und dann anhand dieser Faktoren eine Therapieempfehlung ausgesprochen. Das kann sein ein konservatives Vorgehen, sprich, dass man das Aneurysma mit MRT kontrolliert. Das kann aber auch bedeuten, dass wir das Aneurysma von innen behandeln. Also grundsätzlich gibt es unterschiedliche endovaskuläre Behandlungsmethoden für den Verschluss eines Aneurysmas. Es gibt das sogenannte Coiling. Hier wird das Aneurysma von innen mit Platinspiralen aufgefüllt und darüber wird das Aneurysma dann von innen ausgestopft und somit aus dem Gefäßkreislauf ausgeschaltet. Eine weitere Methode wäre das sogenannte Ballonassistierte Coiling. Das heißt, hier wird neben dem Coilingkatheter ein Ballonkatheter verwendet während der Prozedur, um die Coils im Aneurysma abzustützen. Sehr Stent ist ein Gitterröhrchen, welches im Gefäß platziert wird, um die Coils im Aneurysma zu stabilisieren. Bei bestimmten Aneurysmatypen ist das Einsetzen eines Flowdiverter-Stents erforderlich. Ein Flowdiverter-Stent ist ein sehr, sehr engmaschiger Stent, der das Blut größtenteils am Aneurysma vorbeileitet und darüber dann zu einem Verschluss des Aneurysmas führt. Eine weitere Methode bei breithalsigen Aneurysmen ist das Einsetzen eines Metallkörbchens, welches das Aneurysma vollständig ausfüllt. Welche Methode wir dann zur Aneurysma-Behandlung einsetzen, entscheiden wir während der Prozedur und das ist abhängig beispielsweise von der Größe des Aneurysmas oder auch von dem Ort, an dem das Aneurysma sich befindet. Und natürlich wählen wir immer diese Methode mit dem geringsten Risiko für den Patienten, aber mit dem bestmöglichen Ergebnis. Die häufigste endovaskuläre Methode ist sicherlich das Coiling-Verfahren in Kombination mit einem Ballon oder eben einem Stent. Unser Team hat jahrelange Erfahrung in der Aneurysma-Behandlung. Wir führen diese Behandlung wöchentlich durch und wenden diese unterschiedlichen Behandlungsmethoden regelmäßig an. Der stationäre Aufenthalt für eine Aneurysma-Behandlung liegt ungefähr bei drei bis vier Tagen. Am Aufnahmetag werden unterschiedliche Aufklärungsgespräche und Blutuntersuchungen durchgeführt. Am Folgetag erfolgt dann die eigentliche Behandlung des Aneurysmas. Hier liegt die Narkosedauer ungefähr zwischen einer und drei Stunden. Nach Beendigung des Eingriffes wird der Patient auf eine Überwachungsstation verbracht. Hier befindet er sich in aller Regel für 24 Stunden und dann noch für ein oder zwei Nächte auf Normalstation. Nach der Entlassung des Patienten bestehen keine grundsätzlichen Einschränkungen. Der Patient sollte sich aber für wenige Tage zu Hause noch schonen und dann können grundsätzlich sämtliche Tätigkeiten wieder aufgenommen werden.